So, heute geht es darum, mal UI-Komponenten zu verstehen und nachzubauen. Grundsätzlich haben wir hier oben in YouTube so eine Tabbar. Wenn wir hier draufklicken, filtern wir den Inhalt. Wir können hier ganz normal durch die Gegend klicken. Wenn ich hier drin scrolle, scrollen wir und ihr seht, wir haben links und rechts einen Pfeil. Wenn man hier drüber geht, dann tauchen die auf, je nachdem, wo ich bin. Und wir werden heute in diesem Video versuchen, diese UI-Komponente so einfach wie möglich nachzubauen, ohne aber genau jede Funktion abzudecken. Und wir werden da ein bisschen drauf eingehen, wie man sowas angeht. Also, los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute machen wir mal ein bisschen Deconstruct bzw. Reverse Engineering von richtig coolen Effekten. Und zwar heute geht es um YouTube. Und hier gibt es ja diese coole Filterbar, diese Navigationsleiste, in der man vertikal scrollen kann, wo Elemente drin sind, die man an- und ausschalten kann. Das werden wir heute nachbauen mit reinem JavaScript, ohne Frameworks. Also wirklich komplett alles custom. Und das ist auch gar nicht so schwer, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt. Ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinne austauschen. Ansonsten, ja, gucken wir jetzt mal, wie man diesen coolen Effekt baut. Also, auf geht's! Bevor wir anfangen, irgendwas zu coden, sollten wir uns erstmal einen Plan machen. Wir sehen hier die Seite und wir wissen, okay, wir haben hier oben unsere Elemente oder unsere Komponente, die wir bauen wollen. Die können wir jetzt mal zerlegen. Und zwar, was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier einmal Buttons mit Text drin. Diese sind theoretisch unendlich viele und wir sollten das nicht berücksichtigen, dass wir mit einer festen Anzahl arbeiten. Das nächste, wir haben links und rechts einen Button. Dieser Button ist nicht immer zu sehen, aber das gucken wir uns später nochmal genauer an. Ansonsten haben wir definitiv auch einen oder sogar mehrere Wrapper, die um unsere gesamte Komponente umzugehen, um zum Beispiel die Weite oder das allgemeine Overflow Hidden zu ermöglichen. Aber wenn wir uns das jetzt ein bisschen im Detail ansehen und mal ein bisschen den Rest ausblenden, dann sehen wir, okay, wir haben einen Overflow Container, unseren Scroll Container, der theoretisch unendlich weit sein kann. Das bedeutet, alles, was außerhalb dieser pinken Linie ist, zum Beispiel hier und hier, ist eigentlich niemals sichtbar und wir sehen immer nur den Bereich, der in unserem pinken Box ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ja unendlich viele Elemente haben, bedeutet das, wir haben ein horizontales Scrollen. Das heißt, wir können links und rechts mit unserem Scrollrad uns bewegen. Aber wir haben auch ein zusätzliches Feature und zwar, wenn wir ganz zu einer Seite scrollen, wird der Button auf der jeweiligen Seite nicht mehr sichtbar. Das gilt für beide Seiten und sofern in beiden Seiten Overflow existiert, sind unsere beiden Buttons sichtbar. Wenn wir auf einen unserer Buttons draufdrücken, scrollen wir ein wenig in eine Richtung, in die der Button zeigt. Das heißt, wir ermöglichen Scrollen vor oder zurück. Das sind so die Basisfeatures, die wir abdecken wollen und wie wir das jetzt genau mit Code machen, zeige ich euch in den folgenden Minuten. So, los geht's mit unserem YouTube Tutorial. Grundsätzlich sehen wir hier eine Seite Visual Studio Code mit meiner Standardentwicklungsumgebung. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da erkläre ich die im Detail, da könnt ihr euch die ansehen und auch ein bisschen ins Detail gehen, wenn ihr möchtet. Ansonsten habe ich hier ein bisschen was verändert. Ich habe hier einmal zwei Icons hinzugefügt, die wir später für die Buttons brauchen. Aber ansonsten ist hier wirklich nicht viel gemacht. Unsere Index.html ist Default. Unsere Style.css ist Default. Und unsere Main.js ist ebenfalls Default. Jede Seite seht ihr Chrome und wir werden jetzt mal gucken, wie wir dieses Feature von YouTube deconstructen können und wie wir das selbst nachbauen können. Also los geht's. So, los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Das erste, was wir jetzt machen, ist, wir fügen uns hier unseren Wrapper ein, der unsere Seite simuliert und unseren Scroll Wrapper. Das ist diese pinke Box, die ihr gerade gesehen habt. Die bekommt von uns eine ID, nämlich Scroll Wrapper und die Class Scroll Wrapper. Dasselbe machen wir jetzt noch einmal mit unserem eigentlichen Child. Das ist unsere Scroll Box. Das ist quasi der Bereich mit diesen ganzen kleinen Buttons, der sich nach links und rechts verschiebt. Deswegen bekommt ihr die ID Scroll Box und die Class Scroll Box und hat natürlich als Child eine ganze Reihe von Buttons. Das sind theoretisch unendlich viele. Es können zwei sein, es können 100 sein. Es sollte eigentlich immer funktionieren. Es können theoretisch auch Links sein, wenn ihr zum Beispiel hier ein Routing Event vornimmt. Was wir jetzt machen, ist, wir stylen das Ganze erstmal, dass wir überhaupt irgendwas sehen können später. Und dafür gehen wir in unsere Style SCSS und erstellen erstmal einen Wrapper mit 100% Weite, außerdem einen Scroll Wrapper. Und der bekommt jetzt als erstes eine sehr wichtige Funktion. Und zwar soll er alles ausblenden mit Overflow hin, was nicht innerhalb seines Bereichs liegt. Um das zu definieren, sagen wir jetzt hier with 100% und speichern das Ganze ab. In dem Moment passiert hier erstmal noch nicht viel. Wir müssen nämlich jetzt unsere Scroll Box definieren. Wenn wir das getan haben, sagen wir hier als erstes mal mit Display Flex und Flex Direction Row, dass alle unsere Elemente nebeneinander rutschen sollen und können jetzt hier mit Gap noch einen Abstand zwischen unsere einzelnen Elemente schieben. Wir wollen, dass auf gar keinen Fall die Row umbricht. Deswegen sagen wir Flex Rep No Rep. Deswegen haben wir hier immer eine Zeile und sagen jetzt, okay, auf der Y-Achse wollen wir niemals einen Scroll Balken haben. Auf der X-Achse aber schon. In dem Moment, wenn wir das jetzt tun, haben wir hier einen Scroll Balken. Diesen wollen wir natürlich nicht immer sehen. Deswegen sage ich jetzt hier, okay, diesen Scroll Balken blenden wir aus. Wenn wir das machen, haben wir jetzt hier keinen Scroll Balken mehr, können jetzt aber auch noch ein paar weitere Attribute hinzufügen. Einmal 100% Weite und außerdem links und rechts einen Abstand, in unserem Fall von 2 Rem. Außerdem würden wir gerne eine Hintergrundfarbe definieren. Das machen wir mit CI Second. Das ist dieser selbe dunkle Ton, den ihr hier auch komplett im Hintergrund seht. Deswegen solltet ihr hier immer darauf achten, dass ihr hier eine Hintergrundfarbe gebt, weil wir später die Buttons haben, die mit einem Verlauf diese Hintergrundfarbe simulieren. Außerdem würden wir gerne einen Touch ermöglichen, vor allem bei iOS-Geräten. Deswegen sagen wir Webcat Overflow Scrolling Touch. Damit können wir auf einem Touch-Gerät zum Beispiel hier diesen Scroll Balken mit Touch verschieben, ohne dass wir auf der Scroll Event an sich hören müssen. Das nächste, was wir machen, ist quasi unsere Buttons an sich zu gestalten. Wir haben hier drin einfach einen Button, beziehungsweise eine ganze Reihe von verschiedenen Buttons. Der bekommt von uns einmal Display Flex, ein Padding, also in alle Richtungen einen Innenabstand von 1,5 und eine Hintergrundfarbe. Diese Hintergrundfarbe ist so ein transparenter weißer Ton und deswegen machen wir jetzt auch unsere Schriftfarbe einfach weiß, definieren uns einen Border Radius, sagen allerdings hier drin, wollen wir niemals, dass Texte umbrechen. Zack, jetzt sind die auch immer alle gerade. Das machen wir mit Whitespace No Wrap. Damit verbieten wir quasi Texte, dass sie umbrechen in mehrere Zeilen. Außerdem wollen wir die Schriftgröße etwas vergrößern, sagen auch hier, dass unser Button ein Pointer wird, wenn wir da mit der Maus drüber gehen. Und wir wollen jetzt natürlich noch diese hässliche Border entfernen, zack, und haben jetzt schon mal wunderbare kleine Buttons hier. Außerdem sagen wir jetzt noch einen Animationseffekt, nämlich Transition 150 Millisekunden auf alle Attribute. Und was wollen wir animieren in dem Moment, wenn wir hier zum Beispiel mit der Maus drüber gehen, wollen wir die Hintergrundfarbe und unsere eigentliche Background Color manipulieren. Wenn ich jetzt mit der Maus hier drüber gehe, haben wir so einen schönen Effekt. In dem Moment sind unsere Buttons eigentlich schon fertig und wir können jetzt weitermachen, hier diesen Scroll-Effekt an sich einzubauen. Weil das ist ja das Essentielle, was wir eigentlich erschaffen wollen. Dazu gehen wir jetzt in unsere Main.js. Als erstes definieren wir uns hier eine Variable, die Scrollbox. Da sagen wir jetzt, okay, wir haben ja ein Document und können jetzt mit einer Funktion von JavaScript, nämlich dem Query-Selector, unsere Box selektieren. Das machen wir mit der ID Scrollbox. In dem Moment können wir jetzt unsere Scrollbox, also den sichtbaren Bereich, den wir haben, ansprechen und hier zum Beispiel einen Event-Listener drauflegen. Das machen wir hier unten, indem wir jetzt einen Event-Listener definieren, und zwar den Event-Listener-Wheel. Das heißt, wenn wir unser Scrollrad benutzen, dann würden wir gerne hier eine Funktion triggern und hier auch auf das Event hören. Wir können jetzt nämlich sagen Console.log und sagen hier Event. Und hier können wir zum Beispiel auf das wichtige Attribut zugreifen, Delta Y, also den Bereich, den wir haben, wenn wir gescrollt haben. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier mal unseren Inspect, beziehungsweise das anzeige und ich hier drin scrolle, sehen wir, wir zeugen unten Events. Und diese Events können wir jetzt nutzen. Um dieses Event wirklich zu nutzen, müssen wir erstmal das Default-Verhalten disablen und als nächstes eine Positionierung festlegen. Weil unser Delta Y ist quasi die Positionierung, die unser Nutzer per Default sein Browser als Scroll mitgibt. Wir würden jetzt gerne das Ganze aber überschreiben. Ich würde es auch empfehlen, dass sich hier ein Custom-Wert verändert, wenn ihr jetzt scrollen wollt, sodass man selbst die Kontrolle hat. Ihr könnt das auch komplett einfach mit dem Delta Y übergeben. Ich persönlich finde den Effekt aber deutlich schöner, hier kleinere Werte zu vergeben als zum Beispiel 125, was hier der Default-Wert ist, den ich bei meiner Maus mitgegeben habe. Jetzt brauchen wir eine Funktion, nämlich eine Funktion Function Scroll. Die erwartet von uns einmal ein Offset und eine Variable Smooth, ob das Ganze Smooth oder nicht Smooth sein soll. Unsere Box, die wir hier oben definiert haben, nehmen wir jetzt als Ausgangspunkt und rufen hier eine Funktion auf, nämlich Scroll By. Wir verändern also die Scroll-Position um einen bestimmten Betrag. In unserem Fall sagen wir jetzt hier Left und definieren hier unser Offset. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, ein Behavior mitzugeben, also ob wir Smooth scrollen wollen oder nicht. Dafür haben wir hier unsere Variable, sagen also wenn Smooth true ist, dann würden wir gerne auch dieses Verhalten im Browser simulieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann sage doch bitte Auto und benutze einfach das normale Scrollen, so wie es der Nutzer vorgegeben hat. Diese Funktion können wir jetzt hier oben aufrufen und übergeben hier jetzt einfach unsere Position und sagen hier Fall, weil hier möchten wir auf gar keinen Fall smoothes Scrollen haben. Das würde nämlich sehr strange für den Nutzer wirken. Und wenn wir jetzt hier drin scrollen, sehen wir, ich kann wunderbar hier drin mich vor und zurück bewegen. Das funktioniert also schon mal wunderbar. Und wir haben jetzt unsere Basisfunktion unserer Komponente erschaffen. Wir können scrollen und jetzt geht es weiter, das noch ein bisschen zu verbessern, indem wir hier links und rechts unsere beiden Buttons einblenden, wenn man nach links oder rechts scrollen könnte. So, um natürlich jetzt Buttons zu manipulieren, brauchen wir diese Buttons erstmal. Deswegen fügen wir innerhalb unserer Scroll-Wrappers einen Button ein, nämlich hier den Preview-Button und können jetzt hier drin noch ein Icon hinzufügen. Natürlich haben wir zwei Buttons, nämlich einmal ein Preview-Button mit der ID Preview und der Class NavButton und Preview. Und hier unten einen weiteren Button mit der ID Next, NavButton und Next. Also die sehen sich ähnlich, haben allerdings nur andere Icons. Wenn wir das machen, haben wir hier oben zwei weiße Punkte. Das sind unsere beiden Buttons, die wir jetzt natürlich gestalten müssen. Dafür gehen wir in unsere Style SCSS, scrollen nach oben. Innerhalb unserer Scrollbox, das müssen wir eigentlich jetzt mal, das können wir ja zumachen. Und hier sagen wir jetzt, okay, wir haben hier unsere Klasse NavButton. Beide unsere Buttons haben diese Klasse von uns bekommen. Und als erstes würden wir da gerne dafür sorgen, mit Position Absolute zu positionieren. Wenn wir das jetzt machen, seht ihr, das geht über die gesamte Höhe. Das ist natürlich nicht richtig und das passiert, weil unser Parent, unser Scroll-Wrapper, kein Position Relative hat. Jetzt gilt nämlich unser Scroll-Wrapper als Ausgangspunkt und wir können jetzt genau die Elemente da drin positionieren. Das nächste, was wir machen, als Sicherheit geben wir hier noch Zindex 5 mit und wir sagen, unser Button soll erstmal einfach nicht mehr sichtbar sein. Wenn wir das jetzt machen, sehen wir hier nichts mehr. Wir können jetzt aber dafür sorgen, dass wir unsere beiden Buttons wieder sehen, indem wir hier auf die Klasse Next zugreifen und hier unten auf die Klasse Preview. Diese beiden kriegen jetzt einmal von uns die Positionierung, dass sie richtig sitzen. Also Preview wird Left 0 und Next wird Right 0. Außerdem ein Verlauf. Hier oben sagen wir jetzt nämlich Background Linear Gradient, also 90 Grad. Und ihr seht jetzt hier, wir haben so einen ganz schwachen Verlauf. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch einmal in die andere Richtung, indem wir sagen Linear Gradient, drehen den aber. Also hier startet er bei 40 Prozent und endet bei 100 und hier ist es genau andersrum. Wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir theoretisch in beide Elemente, also in beide Richtungen so einen Bereich. Was wir jetzt aber machen wollen, ist eine Weite zu definieren, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. Wir sagen jetzt also Weite 100 Pixel, speichern das Ganze mal ab und sehen jetzt hier unsere beiden Icons. Die müssen wir jetzt ein bisschen besser positionieren, also von der Größe skalieren sagen, also zwei Prozent. Und wir sehen jetzt hier drin unsere beiden Buttons, die sind wunderbar gestaltet. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen würden, wir haben keine Background Color, sondern hier Red, dann seht ihr, unsere beiden Buttons sind groß, haben aber hier drinnen einen Verlauf, der da drüber liegt. Das können wir jetzt erstmal hier einfach wieder transparent machen und sagen jetzt, wir haben allerdings links und rechts ein bisschen Rem, ein bisschen Padding, nämlich zwei Rem und sehen jetzt unsere beiden Buttons und können damit auch die Weite wieder ausblenden, sodass wir hier den Effekt von YouTube relativ gut simuliert haben. Wenn wir jetzt ganz am Ende sind oder ganz am Anfang, wollen wir natürlich diesen Button und diesen Button ein- bzw. ausblenden. Und dafür müssen wir natürlich eine Animation definieren. Unser Button bekommt daher Opacity 0 und unser Element hier unten Preview wird mit 100 Prozent hier nach links rausgezogen und unser anderer Button, unser Next Button, wird nach rechts rausgezogen. Jetzt sehen wir unsere beiden Buttons nicht mehr und sorgen aber dafür, wenn wir die Class Show vergeben, soll er wieder sichtbar werden und Translate wieder 100, also wieder 0, sodass beide Buttons wieder sichtbar sein könnten. Das speichern wir jetzt ab und gehen mal in JavaScript, wo wir jetzt dafür sorgen, dass unsere beiden Buttons sichtbar werden. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist unsere gesamten Buttons, die wir hier haben, einmal aufzulisten. Das machen wir mit Buttons, Document, Query Selector All, greifen hier auf Scrollbox zu, also auf die Klasse Scrollbox und hier selektieren wir alle Buttons, die innerhalb dieser Box liegen. Das bedeutet, wir selektieren damit all diese Buttons hier. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren unsere beiden Buttons an sich und das machen wir über Next Button und Preview Button. Hier auch wieder Document, Query Selector, greifen auf Button.next und Button.preview zu. Wir könnten hier theoretisch auch die IDs verwenden, das macht keinen wirklichen Unterschied, ist einfach nur ein Selector. Und das, was wir noch brauchen, ist ein Option-Bereich. Dieser Option-Bereich bezieht sich auf einen Intersection Observer. Dazu habe ich ein Video gemacht und eine Video-Überschreibung verlinkt, das ist unfassbar praktisch. Und das sind mehr oder weniger die Default Settings. Wir müssen diese aber mitgeben. Wir sagen hier Root Document Body, also wo ist der Root des Intersection Observers, gibt es ein Margin, in unserem Fall nein. Und wir wollen Threshold 100%, also es muss 100% zu sehen sein, dass unser Intersection Observer anschlägt. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns eine Funktion, nämlich Create Observer mit einem Target. Und diese Funktion rufen wir zweimal auf. Einmal sagen wir hier unten nämlich, okay, unser First Element Observer. Und wir haben einen zweiten Aufruf, nämlich unser Second, beziehungsweise Last Element Observer. Beide rufen dieselbe Funktion auf, nämlich unsere Create Observer Geschichte, allerdings einmal mit Next und einmal mit Preview Button. In dem Moment, wenn wir das getan haben, haben wir jetzt unsere beiden Observer erstellt. Das machen wir gleich hier drin und können jetzt darauf hören, irgendwas zu tun. Wir sollten aber erstmal unseren Observer erstellen. Hierzu sage ich jetzt hier oben Return New und dann erstelle ich mir einen Intersection Observer. Dieser erwartet von uns einmal einen Callback, das ist hier oben, und unsere Options. Deswegen sage ich jetzt hier, unsere Options übergeben wir hier einfach und unser Callback greift auf unsere Entities zu, also die Elemente, die wir observen möchten. Hier drin sagen wir jetzt, okay, für jedes unserer Elements, die wir haben, also jede unserer Entities, gehen wir hier einmal eine Loop durch, nämlich for each, und sagen jetzt, okay, jeden unserer Einträge, den wir da drin haben, würden wir gerne einmal kontrollieren. Und zwar wollen wir kontrollieren, ist das Intersecting oder nicht, also ist das letzte oder erste Element, in diesem Fall Nachrichten, oder wenn ich ganz ans Ende scrolle, neu für dich, ist das selektiert oder nicht. Aber wie erhalten wir denn diese Information? Wir können jetzt hier erstmal sagen Console.log und übergeben hier unseren Entry, dass wir das gleich einfach mal sehen. Und wir müssen jetzt unsere beiden Observer auch noch callen, also wir sagen jetzt Observe. Und in unserem Fall würden wir jetzt gerne etwas observen, nämlich ein bestimmtes Element, und wir haben hier oben unsere Buttons. Unser Button fügen wir jetzt hier ein und sagen, okay, ich würde gerne unseren ersten Button, also wirklich den ersten Button, den wir haben, würden wir gerne mit FirstElementObserver observen. Und dann sagen wir dasselbe noch einmal, aber mit LastElementObserver und sagen hier Buttons.length-1. In dem Moment selektieren wir einmal hier unseren ersten Button, also Nachrichten, und hier unten selektieren wir unseren letzten Button. Das ist in unserem Fall neu für dich und diese beiden Elemente werden jetzt observed. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier das Ganze mal aktualisiere, dann sehen wir, wir haben jetzt zwei Observer. Und wenn wir hier auf den Target gehen, sehen wir hier unten auch einmal Nachrichten und bei unserem zweiten Observer hier unten, Target, Button, scrollen wir runter, neu für dich. Das funktioniert also schon wunderbar und unsere Observer geben uns jetzt eine wichtige Information mit, nämlich ist Intersecting true oder false, also ist dieses Element sichtbar oder nicht. Bei unserem letzten Element ist es nicht sichtbar, ist ja auch korrekt, wir sehen es aktuell nicht, unser erstes Element ist aber true, also wir sehen Nachrichten gerade und das können wir uns zunutzen machen. Und zwar können wir jetzt mit einer Funktion, nämlich unser Target nehmen, das ist eine Variable, die wir hier oben übergeben, in unserem Fall NextButton oder PreviewButton, und sagen jetzt Target, ClassList und hier Toggle. Hier muss ich sagen, ein Mod von meinem Discord-Server, unten in der Videobeschreibung verlinkt, hat mir hier einen richtig coolen Tipp geliefert und zwar kann man mit Toggle ein Force mitgeben. Das heißt, wir sagen, wenn wir nicht intersecten, dann soll er bitte unsere Klasse immer entfernen, ansonsten soll er uns die Klasse show hinzufügen. In dem Moment sehen wir jetzt hier, unser Button ist sichtbar, weil unser letztes Element nicht intersecting ist, also weil es nicht sichtbar ist, wird hier die Klasse show hinzugefügt und diese Klasse show, wie wir sagen, hat ja hier Opacity 1 und Translate 00. Damit haben wir quasi hier unsere Button hinzugefügt und wenn wir jetzt beginnen zu scrollen, sehen wir, dass unser anderer Button hier ebenfalls eingeblendet wird. Wir können jetzt hier auch die ganze Geschichte noch ein bisschen besser animieren, indem wir hier noch ein Translate Transition mitgeben. Zwar sagen wir hier Transition All 150 Millisekunden ist in, wir können das auch mal ein bisschen verlangsamen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rüber scrolle, sehen wir quasi, unser Button wird eingeblendet oder ausgeblendet, je nachdem, in welche Richtung ich scrolle. Ich würde hier aber eher so Richtung 150 tendieren, dass das alles so ein bisschen flüssiger läuft und in dem Moment haben wir unsere beiden Buttons, die ein- oder ausgeblendet werden. Also das nächste Anforderungsfeature ist umgesetzt. Was uns jetzt noch fehlt, ist, wenn ich auf die Buttons draufdrücke, dass etwas passiert und das wird das letzte Kapitel. So, das letzte Kapitel ist auch das kürzeste. Und zwar haben wir unsere beiden Buttons, nämlich einmal den Next Button und der bekommt von uns einen Event Listener und hier ein ganz Default Event Listener, nämlich Click. Unser Click wird gar nicht viel machen, außer, dass wir unsere Scroll-Funktion aufrufen, die wir ganz zu Beginn definiert haben. Und hier sagen wir einfach 250 Pixel mit True. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier draufdrücke, dann scrollen wir zum nächsten Element. Allerdings sehen wir meinen Mauszeiger ist immer noch so ein komischer Zeiger. Deswegen sagen wir hier jetzt auch noch Cursor Pointer. In dem Moment, wenn ich jetzt hier drüber gehe, wird unser Element, also unser Button, auch wirklich ein Button. Und wir können jetzt bis zum Ende durchscrollen. Das kopieren wir uns jetzt einmal und fügen das hier unten noch ein, allerdings halt nicht mit Next Button, sondern mit Preview Button und sagen hier, wir gehen genau in die andere Richtung, also minus 250 Pixel. Wir können jetzt damit vorgehen und hiermit wieder zurückgehen, vorgehen und zurückgehen und das Ganze funktioniert wunderbar. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nochmal unsere Developer Tools aufrufe und mal eine Mobile Ansicht aufmache, dadurch, dass wir in CSS hier oben unsere Geschichte mit Webflow Overflow Scrolling Touch definiert haben, kann ich jetzt hier drin auch wunderbar mit Touch arbeiten, ohne zu scrollen. Ich kann hier zwar immer noch scrollen, wenn ich ein Mausrad angeschlossen hätte, aber ich kann hier auch wunderbar einfach mit einem Scrollrad, also mit meinem Touch arbeiten. So ist das Ganze auch mobile friendly, weil in einem Touch Display hat man in der Normalität quasi ja niemals ein Scrollrad. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt das mal in die Videokommentare. Ich denke, wir sind am Ende und bis nächste Woche. So, das war's für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge coole Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate Seiten, wo ihr mich supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.